Hallöchen Leute hier ist euer Sachsi und wir spielen weiter mit Velo4 und ja... Ah fuck, scheiße, alle... Was ist das für scheiße? Ich muss mich ja heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen Was ist das für fucking Überraschung? Gut Das nehme ich noch Wasser Alter Fuck, ich verrecke schon wieder Hm Mann Herr Mann 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 Okay. Mein Gott. Was war das für Scheiße? Juhu. Jawohl. Jawohl. Also ich muss wegen den fucking Kuhlen, muss ich ja eine Retten benutzen. Sink viel? Okay, nicht viel aber ja. Ey scheiß Kuhlen, mein Gott. Werd immer kritischer. Deswegen brauch ich unbedingt Klingeck. Speichern wir schnell. Vorsichtig. Scheiße. 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 Scheiße, 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 Anime ist es. Wieso? Alter. Wie viele Kohlen gibt es hier? Oh, lol. Ja, du kleiner Kanaka. Lol, wie schnell er war bei mir. Waffe, Juhu! Ah, ich glaube, das sind alle Musik habe ich schon. Nix, okay. Gehen wir weiter. Nach unten will ich nicht springen. Okay, das haben wir, der passt schon. Oh, was haben wir da? Ich schiene nichts. Oh, jawohl, red. Du warst noch nie auf Oberfläche, deswegen. Komm, komm. Okay, du. Oh, oh. Oh, oh. Du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich bin ein Verräglicher. Oh, Scheiße. Falsche Waffe, falsche Waffe, falsche Waffe. Nein. Nein. Oh, Schrot. Oh, Schrot. Oh, Schrot. Da ist die. Ach du Scheiße, heilige Scheiße, heilige Scheiße, heilige Scheiße. duja. Wo ist red, 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 da! Jaa! Ich bin dort. Ich bin dort. ich bin dort ich bin dort ich bin sowas von dort ich bin sowas von dort ich bin dort ich bin dort fuck was war das der für scheiss ja komm wo alter Ey, das ist immer mehr Oh, fickt euch Alter, unfassbar Scheiß Boah, ich komme gleich So, Leute, ich bin wieder da Nein Alter Fick dich, fick dich Mann Die Gulen machen mich aggressiv schon Komm, komm, komm Ja, daneben noch Nein Alter Das kann nicht sein Was ich kann noch probieren Ist Ein Zu gefährlich Was ist diese Waffe Hä? Moment mal Moment mal Minus Hä? Hä? Was ist das? Nein 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 Die fucking Blah! Ja komm. Die fucking zombie. Och nein. If you do have your iron red, I may actually have. Okay Okay Nee, das ist Flasche, nein Gibt es kein Irgendwas Komm, komm Also Wenn der schon Wenn der Anfang zum sich bewegen Dann muss ich auf Halt auf Halt machen Schau, oh oh Genau So soll er sein Jetzt habe ich Schnauze voll von euch So, jetzt Gibt es noch was Gibt es noch was Nein Roboter, gib mir ja nicht auf der Piss Mir ist es schon genug auf der Piss gegangen Meine Gott Mein Problem vorher war das Wenn ich habe den Boss nicht gekillt Dann wird er immer wieder kommen Das war Problem 1 Wird es immer wieder gekommen Okay Jetzt gleich gehen wir nach unten Was Hä was war das denn Wie der Bug Ja Soll es leben Hier muss man überleben Also zu beschützen Muss man die anderen Gibt es was Nein 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 Oh Tomaten Lecker So Und jetzt Ich habe Ich habe Möne Das Okay Okay Alright Ah, das habe ich schon, ok Ah, hier haben wir auch den Durchgang So Öffnen die Tor Ich muss ja den fucking Boss wegziehen, weil sonst könnte ich, hat sie ja gesehen, ich muss kämpfen wie Behinderter Äh, ok, dies zu Kann man auch machen So, wir gehen, sie ist ok Juhu Juhu Scheiß cool Kommt noch mehr? Seh ich nicht Kommt noch mal Ich bin der F-Mision, wahrscheinlich schon das So soll das sein. Wo ist der? Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Kumpel, wir sind dir und den Minutemen dankbar. Und ihr habt unsere Unterstützung. Yeah! Nice! Ich gebe mir immer neue Aufgaben. Schauen wir mal. Alter, das war was für ein Kampf. Ich muss ja diese Bombe ausnutzen, weil sonst... Benutzen, sonst würde ich schon verlieren. Da ist der. Da ist der. Da ist. Da hockt der. Wenn du mich fragst, es lohnt sich immer für die Freiheit zu kämpfen. Ich habe die Ghule erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Ghule Sorgen machen müssen. Ich habe da noch was, das ich mit dir bereden muss. Ich habe einen etwas anderen Auftrag gefunden. Unser Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gemacht. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Punktleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du das heißt, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Okay. Ja? Ich suche nach Waffen. So. Also. Schau mir mal an, was für Waffen habe ich. Ne, das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich. Ne, das brauche ich nicht mehr. Ich habe die andere Waffe jetzt. Genau. Jetzt haben wir automatische Pistole. Laserpistole. 18 Schatten. Und die andere, wie viel mag die? Wo ist die? Wow. Ordentlich. Verkauf ich die? Das bleibt, das bleibt, das bleibt, das bleibt, das bleibt, das bleibt. 44er habe ich keine. Was haben wir noch? Weil er schön ist. Nein. Nein. Oh. Sieht nicht schlecht aus. Nein. 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 Das auch nicht. Komm, das verkaufe ich. Das bleibt. Da muss ich pflanzen. Red brauche ich, das brauche ich. Ich will gerne Millionär sein. So, was hast du da, 44 hast du nicht, schade, 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 schrott, machen 10. Also, alles. Vanetten mit dir zu handeln. Was für Auftrag haben wir diesmal? Achso muss ich da hingehen. So Leute, ich werde sagen, das war's und wir sehen uns in unserem nächsten Video von Qualout4 und mach's gut. Bis nächstes Mal. Ciao.